Hallo zusammen, in diesem Video geht es darum, wie man mit Pendel Rendite macht, indem man den Yield, den man auf ein Asset bekommt, kauft oder verkauft und das nennt sich dann Yield Trading. Man profitiert dann davon, dass die APY auf ein Asset steigt und nicht der Kurs und der Vorteil ist, dass sich die APY ganz oft viel leichter vorhersehen lässt als zum Beispiel Kursschwankungen, weil die Rendite, die man auf ein Asset bekommt, bestimmten Marktgesetzen folgt, während die Kursbewegungen oft chaotisch und unvorhersehbar sind. Das hier ist jetzt Teil 2 meiner Videos über Pendel und die Grundlagen, die findet ihr in Teil 1. Ich empfehle euch, in die Grundlagen vorher mal reinzuschauen, weil sich einiges dann leichter verstehen lässt. Und vor allem das Thema der Yield Tokens und der Principal Tokens sollte man kapiert haben, welche Rolle die bei Pendel spielen und darum geht es in dem ersten Teil. Ihr findet alle Teile dieses Tutorials übrigens unten in der Videobeschreibung. Jetzt in diesem Video schauen wir uns mal den Yield Token alleine an und schauen mal, was man damit alles so machen kann. Also erstmal überlegen wir mal, wie der Marktwert des Yield Tokens eigentlich zustande kommt. Und hier in dem Beispiel haben wir jetzt 1000 YTs und die repräsentieren den Yield auf eine Einlage von 1000 DAI mit 5% APY für sagen wir mal 180 Tage. Und wie viel sind die 1000 Tokens wert? Und da liegt der Wert bei 24,66 Dollar, weil 5% pro Jahr, dann wären wir bei einem Jahr bei 50 Dollar, aber hier haben wir ja nur 180 Tage Laufzeit. Also ist das ungefähr die Hälfte und den Rechenweg, den habe ich hier mal aufgeschrieben. Und wie sieht das Ganze dann jetzt nach 8 Tagen aus? Da sind also Rewards aufgelaufen, die ich claimen kann. Und der Wert des YT ist dann gesunken, weil ja nicht mehr 180 Tage übrig sind, sondern nur noch 172. Und es bleibt also ein Restwert von 23 Dollar und 56 Cent. Aber auf der anderen Seite kann ich ja schon 1 Dollar und 10 claimen. In der Summe ist das eigentlich gleich geblieben. Der Unterschied ist aber, dass die 1 Dollar und 10 mir schon gehören und der Rest jetzt noch verdient werden muss. Wie sieht das jetzt aus, wenn die APY zum Beispiel von 5 auf 10% plötzlich steigt? Dann ergibt sich tatsächlich auch ein neuer Marktwert für meine 1000 YT Tokens, weil ich ja ab jetzt 10% kriege für die restlichen Tage. Und da ist dann also ein Marktwert von etwa 47 DAI entstanden. Wohlgemerkt ist der Betrag, den ich claimen kann, gleich geblieben, weil die APY in der Vergangenheit ja 5% war. Und wenn ich das jetzt mal addiere, dann habe ich die Tokens gekauft für 24 DAI und kann sie jetzt für 47 DAI verkaufen und habe dann noch 1 DAI und 10 geklaimt. Ich habe also einen Gewinn von circa 24 Dollar gemacht und das ist tatsächlich ein 2X in nur 8 Tagen. Oder anders ausgedrückt, ich habe die gesamten Rewards für die ganze Laufzeit in nur 8 Tagen statt in 180 Tagen verdient. Also das ist jetzt der absolute Yield Turbo. Und wenn ich das aufrechterhalten würde, also theoretisch, dann wäre meine APY satte 4500% und das ist ja schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Und das heißt aber auch, dass es tatsächlich zwei Sorten von APY gibt. Wir haben also einmal die APY, die sich aus dem Marktwert der YTs ergibt und die bezieht sich auf die Zukunft. Und weil die ja ungewiss ist, ist das nur eine angenommene APY und das nennt sich dann auf Englisch eben Implight APY. Und die APY, die ich schon geklaimt habe, die bezieht sich auf die Vergangenheit und die heißt dann auch Underlying APY. Die ist also keine Annahme, sondern die ist eine Gewissheit. Und diese beiden APYs, die finden sich hier bei der Beschreibung des Pools bei Pendel auch wieder. Und dass die sehr weit auseinander liegen können, das sieht man hier sehr schön bei dem GLP. Die Implight APY ist fast doppelt so hoch wie die Underlying APY. Und da kann man also durchaus davon sprechen, dass der Markt vermutet, dass die APY in dem Pool sich bald verdoppeln wird. Wenn das aber nicht passiert und man kauft hier die APYs, dann bezahlt man eigentlich doppelt so viel, wie man wirklich claimen kann. Man macht also tatsächlich Verlust. Und da gab es zum Beispiel letzten Sommer mal eine Situation bei dem SDAI, wo die APY von 3% auf 5% gestiegen ist für einen gewissen Zeitraum, sozusagen als Marketingmaßnahme. Und dazu habe ich hier nochmal ein kleines Beispiel gemacht, weil man hier nochmal so ein paar andere Sachen sehen kann. Und hier in dem Beispiel habe ich das mal ein bisschen vereinfacht. Also angenommen, die APY soll jetzt in so einer Art Bonusprogramm von 10% auf 20% steigen, aber nur für die nächsten 30 Tage. Wie hoch wäre dann jetzt die Implight APY? 20% oder 10%? Und das kann man ausrechnen, indem man den Marktwert ausrechnet. Also für den ersten Zeitraum wären das dann circa 16 DAI und für den zweiten Zeitraum dann etwa 39 DAI. Das muss man dann eben addieren, weil das ja der Marktwert ist und dann ausrechnen, wie viel das im Jahr wäre und dann noch einmal das in Prozent zur Einlage setzen. Und dann kommt da raus circa 11 bis 12%. Das wären also 117 DAI pro Jahr und das entsprechen dann einer APY von circa 11%. Wir haben hier also einen Underlying APY von 5% und eine Implight APY von etwa unter 12%. Und so kommt das dann zustande, dass die APYs schon mal ziemlich stark schwanken können. Die Implight APY reagiert also tatsächlich auf Marktveränderungen. Und besonders krass ist das zur Zeit bei den E-Eath von Ether.Fi. Und das hat was mit dem Eigenlayer Airdrop zu tun, der im Sommer kommt oder auch von mir aus nicht kommt. Keiner weiß es genau. Es ist also ungewiss. Aber wenn man die E-Eath hält, dann bekommt man aktuell Punkte, die vielleicht für einen Airdrop angerechnet werden. Und jetzt sieht man hier, dass die Fälligkeit in diesem Pool nicht ganz zufällig im Sommer liegt. Die tatsächliche APY, die man aktuell bekommt, die liegt bei knapp 3% und die Implight APY liegt hier bei mehr als dem Zehnfachen. Und wenn man sich also jetzt die YT-Tokens kauft, dann zahlt man für den Yield auf einen Ether aktuell bei Pendel 0,14 Ether. Und dieser Marktwert, der schrumpft bis Sommer auf 0 und dafür bekommt man also Rewards, die man claimen kann. Aber aktuell bekommt man nur knapp 3% beim Claimen. Das ist ja die Underlying APY. Und das führt dann zu Rewards von 0,01 Ether, obwohl man für die Tokens über das Zehnfache bezahlt hat. Man macht also über 90% Verlust, wenn man diese Tokens jetzt kauft. Und da ist die Frage, warum machen Leute das? Weil sie glauben, dass die Airdrops im Sommer im Zusammenhang mit Eigenlayer mehr wert sind als der Verlust. Und nach aktuellem Stand wären das also 304 Dollar pro Ether. Und das heißt, man kann aktuell sich Eigenlayer-Punkte kaufen und damit 10 Mal effizienter diesen Airdrop farmen, als wenn man ganz normal Ether bei Eigenlayer einlegen würde. Und darüber habe ich letzte Woche ein Video gemacht und das blende ich hier auch mal ein, falls euch das interessiert. Und ich packe das auch unten in die Videobeschreibung rein. Pendel ist also ein Tool, mit dem man zum Beispiel unter anderem auch den Wert eines Airdrops kalkulieren kann. Und wo kauft man bei Pendel jetzt Yield Tokens? Dafür muss man hier auf Pendel erstmal in die Trading-Ansicht wechseln. Und hier in dem Beispiel arbeite ich auf Arbitrum, weil die Gebühren da etwas entspannter sind und weil es sich dadurch auch mehr lohnt, wenn man jetzt mit kleineren Beträgen arbeitet. Und hier gibt es zum Beispiel diesen USDC-Pool, wobei die USDC bei Aave eingelegt sind und dort aktuell eine APY von etwas mehr als 6% einbringen. Und das ist auch die APY, die man bekommt, wenn man die Tokens jetzt kauft. Und dieser Pool hier ist gerade besonders interessant, weil man hier also mehr APY tatsächlich bekommt, als der Token aktuell kostet. Das sieht man daran, dass die Implied APY niedriger ist als die Underlying APY. Der Unterschied liegt also bei etwa einem halben Prozentpunkt. Und das mag jetzt erstmal nicht viel aussehen, aber immerhin würde sich das auf die Laufzeit von 141 Tagen hochrechnen, auf mehr als 20%. Und das sieht man hier auch in dem Feld mit dem YT. Da steht auch der aktuelle Preis des YT, der liegt jetzt bei circa 2 Cent und ist damit eigentlich zu billig. Wenn man die tatsächliche APY von mehr als 6% zugrunde legt. Das heißt, man kauft sich aktuell für 2 Cent das Recht, bis zum Ende der Laufzeit den Yield auf den AUSDC zu claimen. Und wenn der bis zum Ende bei Aave konstant diese tatsächliche APY bringen würde, dann würde man 20% Gewinn machen. Aber leider ist es jetzt nicht so, dass die APY wirklich garantiert konstant bleibt. Und daher muss man sich gut überlegen, ob man das macht und mal selber einschätzen, ob sich die APY bei Aave weiterentwickelt und wie die sich weiterentwickelt über die nächsten Monate. Jedenfalls, wenn man den Yield Token kaufen möchte, dann kann man hier auf diese Fläche klicken und man muss eigentlich nur Betrag und Währung eingeben. Pendel bietet dabei sogar die Möglichkeit, den Token mit allen möglichen Währungen zu kaufen. Das ist also praktisch, weil es ja die ganzen Sachen im Hintergrund erledigt, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, welches Asset man jetzt hier wirklich braucht und welches nicht. Man nimmt einfach irgendein Asset, das man hat und kauft damit sich dann den Yield. Das läuft alles tatsächlich komplett automatisch, kann aber sein, dass es etwas mehr Gebühren kostet, weil ja im Hintergrund so einiges hin und her geswappt werden muss. Und da würde ich also schon ein Asset aussuchen, was relativ nah an der Einlage dran ist. In diesem Fall jetzt zum Beispiel USDC. Und man sieht hier auch sehr schön, dass man für die nur 100 USDC immerhin über 4.500 Tokens bekommt. Und das mag einem erstmal viel erscheinen, aber man kauft ja nur den Yield auf eine bestimmte Menge USDC, der dann insgesamt 100 Dollar wert ist für 140 Tage. Und das ist eben eine sehr, sehr große Menge oder anders gesagt, man müsste über 4.500 Dollar einlegen bei Aave, um auf die 100 Dollar Yield zu kommen, die man sich hier also gerade gekauft hat. Das heißt aber auch, dass wir jetzt den Token gekauft haben bei einer angenommenen APY von 5% und dass wir erst Gewinn machen, wenn die APY über den Rest der Laufzeit bei über 5% liegt. Und den Yield, der ab jetzt aufläuft, den kann man jetzt nach und nach auch claimen, wenn man hier im Dashboard die richtige Einlage aussucht und dann auf Claim All klickt. Der Yield, den man hier abholen kann, der ist tatsächlich aufgelaufen vom Kauf bis jetzt, ist also das, was bei Aave wirklich ausgezahlt wurde. Und hier natürlich ist das noch super wenig, weil ich ja erst vor ein paar Sekunden eingezahlt habe, aber das steigt tatsächlich nach und nach und während das hier hoch geht, geht der Wert der YT Tokens nach und nach runter, weil ja die Laufzeit immer kleiner wird. Und erst die Summe von dem tatsächlich geklemmten Yield und dem Restwert der YTs ergibt dann, ob ich im Plus bin oder nicht. Und weil das immer ein bisschen kompliziert zu rechnen ist, steht der Gewinn hier oben in der Ecke auch mal zum Nachlesen. Und wenn man da im Plus ist, kann man mal über den Verkauf der YT Tokens nachdenken und das geht dann eigentlich genau umgekehrt, indem man hier unter Swap die Richtung umdreht und die YTs wieder in USDC umwandelt. Und leider gibt es hier beim Claimen bei einigen Pools auch eine kleine Besonderheit und das ist, dass man die Rewards nicht direkt im Token der Einlage ausgezahlt bekommt. Also bei diesem Ave Pool hier müsste man eigentlich die Rewards in USDC bekommen, aber da taucht dann beim Claimen auf einmal dieser SY Unwrapper auf und hier sieht es leider auch so aus, als hätte man eigentlich gar keine Rendite bekommen, weil da ja eine Null steht. Und wenn man das lösen möchte, dann muss man hier erstmal die Liste aufklappen und den richtigen Token raussuchen, ist halt einfach nicht schön gelöst. Und das hier wäre in diesem Fall wirklich der AUSDC SY Token und das ist ein spezieller Token von Pendle, der PT und YT Tokens kombiniert. Und die Details dazu sind jetzt eigentlich nicht so wichtig. Das hat was mit dem Zinseszinseffekt zu tun in manchen Pools. Jedenfalls muss man diesen Token noch umwandeln und dafür, dass man diesen Extraschritt macht, kann man sich aber auch auf der anderen Seite ein Asset aussuchen, in dem der Reward dann ausgezahlt wird. Und wenn man das mal verpasst hat, diesen Extraschritt zu machen, weil man hier zum Beispiel auf Cancel geklickt hat oder einem irgendwie die Maus verrutscht ist oder so, dann kann man den SY Unwrapper auch nachträglich noch aufrufen über die drei Punkte hier rechts oben. Und es geht einem also tatsächlich wirklich nichts verloren, man kann das alles später noch nachholen. Und so kauft und verkauft man Yield Tokens bei Pendle. Man sollte dabei am besten nicht vergessen, dass man ja auch noch claimen muss, weil das, was man claimt, das fließt ja auch in den Gewinn ein. Und wenn man das vergisst, dann fehlt ein bisschen was vom Gewinn und man macht tatsächlich dann Minus. So und jetzt mal zwei konkrete Ideen, wie man mit YT Tokens Geld verdienen kann. Also Idee Nummer eins. Der GLP bei Gmx, der ist ein Pool, in den alle Gewinne fließen, wenn die Trader Geld verlieren. Bei Gmx kann man ja Krypto hebeln und wenn die Trader da Geld verlieren, dann macht der GLP Plus und der Gewinn wird in Form einer APY ausgezahlt, wenn man also bestimmte Tokens da einlegt. Das heißt, die Implied APY bei Pendle geht auf jeden Fall hoch, wenn das passiert. Und wann passiert das meistens? Bei bestimmten Events, wie zum Beispiel bei Notenbank-Sitzungen oder auch, wenn wieder ein ETF zugelassen wird oder ähnliches. Und da ist die Volatilität dann eben sehr, sehr hoch und dann eine Woche später steigt die APY beim GLP, weil die Gewinne eine Woche später erst ausgeschüttet werden. Und das kann man wirklich sehr, sehr schön timen. Man muss nur darauf achten, wenn solche Events sind und wo dann die Implied APY steht. Aktuell kann man also mal so sagen, dass eine Implied APY von unter 8 sehr günstig ist und eine Implied APY von über 15 sehr hoch. Das kann man also wirklich ziemlich gut nutzen. Man muss nur die YTs gut einkaufen und dann rechtzeitig verkaufen. Und die zweite Idee, die besteht darin, zum Beispiel die Governance-Foren zu beobachten von beispielsweise bei dem SDAI, bei Mekadau oder auch S-Frax bei Frax Finance. Falls sich da Änderungen an der APY ergeben, geht das oft durch einen mehrstufigen Prozess. Erst wird das in einem Forum vorgeschlagen, dann gibt es Diskussionen in dem Forum, dann geht das erstmal ins Voting für ein paar Tage und dann muss es auch noch umgesetzt werden. Während des ganzen Vorgangs kann man also sehr schön abpassen, wann das Ganze spruchreif wird und dann entsprechend YTs kaufen. Der Markt hinkt diesem Prozess sehr, sehr oft wirklich hinterher. Und wenn man sich da etwas schlau macht, dann kann man schon fünf oder sechs solcher Protokolle gleichzeitig beobachten. Und das ist echt geschenktes Geld mit sehr, sehr kleinem Risiko. So, und im nächsten Teil geht es dann um die PTs, also die Principle Tokens. Und damit kann man sich eine feste APY sichern, die garantiert bis zum Ende der Laufzeit immer gleich bleibt, auch wenn die APY auf dem Markt runter geht. Den Link zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich blende das Video auch hier jetzt ein, wenn es dann fertig ist. Also viel Spaß damit und erstmal alles Gute. Tschüss!